Grüß Gott, ich freue mich Sie begrüßen zu dürfen. Wir haben heute die 40. Woche nach Ostern. Das ist der Zeitraum der ersten Januarwoche. Wir sind von den heiligen Nächten zu Epiphanius, zum Hereindringen des Christuswesen, in dem Jesus bei der Jordantaufe. Und das ist auch das Geschehen, das wir als Mensch in uns Mikrokosmischen erleben können. Die 40. Woche aus dem Seelenkalender Rudolf Steiners. Und bin ich in den Geistestiefen, erfüllt in meinen Seelengründen, Aus Herzensliebewelten, der Eigenheiten, leere Wahn, sich mit des Weltenwortes Feuerkraft. Vielen herzlichen Dank.